Hi, ich bin Hans und ich bin der kameraaffine Gründer von Kalimoto. Und ich möchte heute noch mal die Gelegenheit nutzen, gerade nach dem großen Update, welches wir veröffentlicht haben, euch die App und die Kernfunktion näher zu bringen und vor allem so ein bisschen zu zeigen, wie die Grundfunktionen in Kalimoto funktionieren, gerade jetzt mit dem neuen Design, damit ihr es auch leichter habt, euch zurechtzufinden, die schon bekannten Funktionen, die ihr gerne nutzt und die ihr mögt an Kalimoto, weiterhin intuitiv bedienen zu können und euch auch den Einstieg in die App für jemanden, der vielleicht Kalimoto das erste Mal benutzt, zu erleichtern. Viel Spaß beim Video. Alle, die Kalimoto schon länger nutzen, haben es mitbekommen. Wir haben zum Start vom April eine neue Version rausgebracht, Kalimoto 7. Und die Kalimoto 7 Version ist ein kompletter Umbruch, ein komplett neues Design, viel intuitiver, mit neuem technischen Unterbau. Davon habe ich euch im letzten Video schon einiges berichtet. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch die Bedienung vom Kalimoto näher zu bringen und für bestehende Nutzer, aber auch für Neueinsteiger die wichtigsten Funktionen zu erklären, zu erläutern. Und ihr seht neben mir, wie es in der App direkt aussieht. Wenn ihr die App das allererste Mal startet, werdet ihr sehen, dass wir erst mal von euch anbieten, dass ihr euch registrieren könnt oder diese Registrierung auch überspringen. Das hat damit zu tun, dass wir bestimmte Funktionen nur anbieten können, wenn wir eure E-Mail-Adresse haben und wenn ihr Nutzerprofil bei uns anlegt. Zum Beispiel ist es nur dann möglich, eure gefahrenen und geplanten Touren zwischen den Profilen, also zwischen den unterschiedlichen Geräten und der Webseite zu synchronisieren. Das bedeutet, wenn ihr ein Tablet und ein Smartphone habt oder auf der Webseite über unseren Browser auf der Webseite planen wollt, dann habt ihr nur die Möglichkeit, diese Touren über ein Kalimoto-Profil und eine Registrierung zu teilen. Ihr könnt euch übrigens einfach mit einer E-Mail registrieren. Wir brauchen keine zusätzlichen Daten, ihr müsst uns keinen Klarnamen oder irgendwas geben. Es reicht rein die E-Mail oder ihr nutzt die Optionen, die wir euch anbieten. Wir nutzen zum Beispiel auch den Login über Apple bzw. über Google auf dem Android-Gerät, sodass ihr die Möglichkeit habt, auch einfach diese Registrierung super einfach über euren Gmail- oder Apple-Account abschließen zu können. Wenn ihr die App danach startet, seht ihr, dass wir erst mal einige Berechtigungen von euch brauchen. Das hat natürlich erst mal damit zu tun, dass bestimmte Funktionen nur gehen, wenn wir zum Beispiel euren Standort haben. Das heißt, ihr müsst Kalimoto erlauben, dass wir auf eure GPS-Position zugreifen können, damit euer Smartphone uns sagt, wo ihr euch befindet. Ganz offensichtlich brauchen wir das, damit wir sagen können, wo ihr langfahrt und wo die Route lang geht. Das heißt, gebt uns idealerweise die Berechtigung, dass wir es immer benutzen dürfen und nicht nur einmal, was ja auch als Option angeboten wird. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Notifications bzw. Benachrichtigungen anzuschalten. Das heißt, die App sendet euch Push-Mitteilungen über neue Updates, neue Funktionen, besondere Angebote in Kalimoto, sodass ihr immer auf dem neuesten Stand seid und automatisch informiert werdet, wenn sich was Neues ergibt. Das ist auch eine Funktion oder eine Berechtigung. Die fragen wir am Anfang ab. Die könnt ihr annehmen oder ablehnen. Das ist eure Entscheidung. Wir empfehlen natürlich, wenn ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt, aktiviert die Mitteilung. Da wird nicht jeden Tag dreimal irgendwas aufkloppen, sondern wir wollen das wirklich nur nutzen, um euch über neue Entwicklungen zu informieren. Nachdem ihr das abgeschlossen habt, kommt ihr in die Auswahl eurer Gratisregion, wenn ihr die App das allererste Mal startet. Das heißt, Kalimoto gibt euch die Möglichkeit, innerhalb eurer Heimatregion die App kostenlos und zeitlich unbegrenzt zu testen. Und ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt ihr uns, hey, ich möchte gern die Region, in der ich mich gerade befinde. Das heißt, ihr gebt uns die Standortberechtigung. Wir ermitteln, wo ihr euch gerade befindet und werden anhand dessen euch die beste Gratisregion vorschlagen. Alternativ könnt ihr auch einfach einen Ort oder eine Adresse suchen. Und wir sagen euch, okay, die Gratisregion für diese Adresse wäre folgende und schalten euch diese dann frei. Also ihr habt selbst die Möglichkeit und ihr seht auch in der Karte direkt, wie die Gratisregion geschnitten ist. Da ist so ein schwarzer Rahmen drum, sodass ihr auch genau seht, wie weit ihr Kalimoto nutzen könnt und wie groß die Region tatsächlich ist. Nachdem das beendet ist, habt ihr die eigentliche App erreicht. Ihr seht sozusagen die Karte, habt unten die Suchleiste, beziehungsweise das sogenannte Sheet. Und dieses Sheet lässt sich in unterschiedliche Positionen auf- und zuschieben. Und hier ist eigentlich die komplette Kernfunktionalität des Plans mittlerweile gebündelt. Ihr habt die Möglichkeit, durch langes Klicken in die Karte, Via-Punkte, Ziele, Startpunkte zu setzen. Ihr habt unten die Möglichkeit, in dem Sheet über die Suchleiste Adressen zu suchen. Ihr habt unter der Suchleiste eine Auswahl an Points of Interest, POI, wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, Bikertreffs, die euch danach auch in der Karte angezeigt werden, die ihr integrieren könnt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, dort eure Favoriten zu sehen oder Kontakte, die bei euch im Telefon hinterlegt sind. Das ist aktuell nur auf der iOS-Version möglich. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, die Routenpunkte, die ihr gesetzt habt, werden automatisch in einer Liste euch angezeigt, sodass ihr sehen könnt, welche Punkte bisher schon gesetzt wurden, welche Adressen da hinterlegt sind. Und hier seht ihr auch dann mittlerweile schon das Routing-Profil, mit welchem ihr zu diesem Routenpunkt geleitet werdet. Hier könnt ihr auch ganz einfach die Routing-Profile anpassen. Und ihr könnt die Liste auch anpassen, indem ihr die Via-Punkte untereinander neu sortiert und verschiebt. Wenn ihr einen weiteren Punkt hinzufügen wollt, könnt ihr das weiterhin mit einem langen Klick in die Karte tun. Oder ihr nutzt das Planungsmenü, indem ihr das Sheet etwas weiter nach oben zieht und dann auf den Punkt Via-Punkt hinzufügen klickt. Dieses Via-Punkt hinzufügen öffnet wiederum die Suchleiste, wo ihr wieder eine Adresse eingeben könnt oder euch die POI anzeigen könnt, um diese auch in die Routen zu integrieren. Ihr seht also, auf den ersten Blick haben wir jetzt alles gebündelt in dieses eine Sheet. Und je nachdem, wie weit ihr es auf- und zuschiebt, habt ihr mehr von der Karte im Blick oder weniger. Das heißt aber, ihr müsst nicht mehr wechseln zwischen mehreren Bereichen in der App. Alles ist übersichtlich in einer Position sichtbar. Und ihr könnt jederzeit durch das Auf- und Zuschieben des Sheets euch genau so die App darstellen lassen, wie ihr es braucht. Entweder mit der Liste oder mit der Karte. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, in einem separaten Tourenbereich eure geplanten und gefahrenen Touren aufzurufen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, einen Filter auszuwählen. Das heißt, je nachdem, ob ihr in die gefahrenen, geplanten reingeht, könnt ihr diese auch filtern nach Länge, nach Datum und so weiter. Und könnt auch die Sortierung ändern, in der sie angezeigt werden sollen. Hier in diesem Tourenbereich habt ihr auch die Möglichkeit, euch Nutzer-Touren anzeigen zu lassen in der Region, in der ihr euch befindet oder weltweit. Und habt auch ganz unten am Ende des Tourenbereichs eine sogenannte Suchfunktion, wo ihr zum Beispiel Harz eingeben könnt. Und dann werden euch die Motorradtouren im Harz angezeigt. Also das ist sozusagen der gesamte Bereich für die Touren. Das ist auch eine komplett neue Funktion, weil wir jetzt hier alles wieder bündeln und auch da eine deutlich höhere Übersichtlichkeit zwischen euren geplanten, gefahrenen und abgespeicherten Touren bieten. Ansonsten haben wir noch den Bereich Ich bzw. Profil. Das ist sozusagen euer Kalimoto-Profil, wo eure Garage, also eure Fahrzeuge hinterlegt sind und ganz oben rechts die Einstellungen. Hier könnt ihr das Audioprofil ändern, könnt die Optik der Karte anpassen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, die gefahrenen Touren einzublenden, auszublenden und so weiter. Und auch zusätzliche Einstellungen wie Kilometer, Meilen und so weiter. Also hier findet ihr gebündelt alle Einstellungen, die die App betreffen. Das ist eigentlich auch schon alles. Also hier habt ihr jetzt in diesen drei Bereichen die wesentlichen Funktionen von Kalimoto enthalten. Was vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt ist, in den Einstellungen findet ihr auch die Offline-Karten. Das heißt, hier könnt ihr die Karten einzelner Länder herunterladen und habt dann die Möglichkeit, auch Kalimoto komplett offline zu benutzen. Außerdem noch eine Kleinigkeit, wenn ihr in der Karte seid, könnt ihr auch oben rechts das Wetter sehen und habt die Möglichkeit, den Kartenstil anzupassen. Das heißt, zwischen der normalen Standardkarte und für die Premium-Nutzer die Hillshading bzw. Geländekarte und die Satellitenkarte auszuwählen. Und genauso habt ihr hier auch die Möglichkeit, die entsprechende Darstellung anzupassen. Das heißt, genordete Karte oder die Karte gedreht. Genau, das wäre alles zu diesem Punkt. Ich hoffe, ich konnte euch übersichtlich erklären, wie das neue Kalimoto funktioniert. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch erkannt, wo sich die Funktion im neuen Design befindet, die ihr gern nutzt. Und wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit Kalimoto. Wir arbeiten weiterhin daran, diese App weiter auszubauen. Wir nehmen euer Feedback sehr, sehr ernst. An der Stelle auch vielen Dank an alle, die sich seit dem Update bei uns gemeldet haben. Sei es über E-Mail, über Facebook, über YouTube-Kommentare und so weiter. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Start in die Saison. Und weiterhin viel Spaß mit Kalimoto. Bis dann.